sauber mein problem ist jetzt das wird jetzt der nächste knaller kein verstecken mehr ich rufe verstärkungen Sie ist abgelenzen! Sie darf nicht entkommen! Verhindert ihre Flucht! Hier drüben! Torwärts! Man kann sie doch entnehmen! Sie entkommen! Nehmt die Flüchtige ge... Da ist sie! Erschießt sie! An alle Einheiten! Die Flüchtige stellt eine große Bedrohung dar! Sie dürfen die vier Personen mit allen Mitteln eliminieren! Ich brauche bald ein gutes Alibi! Greif an! Holst sie euch! Ah! Runter! Sie ist ein leichtes Ziel! Vorwärts! Wo ist sie hin? Sichert den Bereich! Die Todistruppler kommen! Bleiben sie in Position und spüren sie nicht den Einsatz! Hier ist nichts! Warum geht's? Ist hier jemand? Ja! Alles gut! Wir haben sie abgehängt! Das glaubst auch nur du! Siehst du was? Fahren wir das? Geht euch weiter auf! Ich muss sie finden! Was war das? Das gefällt mir gar nicht! Äh, mir auch nicht! Was geht da vor? Alles klar! Alles klar! Alles klar! Oh! Hilfe! So nicht geplant! Nichts! Hinterher! Zurück! Nicht locker lassen! Halt! 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 na kommen jetzt alle hier ich hab so ich hab so ziemlich alle jetzt eliminieren erreiche die todestruppler hab ich jetzt die ganze basis hier ausge... ich habe eine leiche gefunden einer von uns ich leute Alarm auf alles klar die Verteidigungsstellung oh Schon wieder? Äh... Zählen wir es durch! Es ist vorbei! Oh! Ich bin der! Ich bin der! Ich bin der! Ich bin der! Wir sind der! Geht mir mal ne Pause! Detonator fliegt! Haltet sie auf! Wir haben die Zielperson verloren. Wir sind Detonator! Verstanden! Setzen Sie die Suche bis auf Weiteres fort! Ah, nix! Sie sehen nix! Auf! Haltet sie auf! Alter! Boah! Haltet sie auf! Es ist da los. Vermeilt sie! Setzen Detonator ein. Umzingelt sie. Sehr gut! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Oh. Ich hab doch einen an der Waffel, Alter. Soll das ein Witz sein? Gebt Bescheid, wenn ihr etwas entdeckt. Nicht schon wieder! Das nimmt hier vor, Mann. Kann das sein, dass das ein Open End ist? Ziel entdeckt! Bringt den Bereich unter Kontrolle! Dort wieder! Hab sie! Vorwärts! Geht's! Es gibt keinen Kopf! Echt jetzt! Detonator fliegt! Vorrückung! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Hinterher! Haltet sie auf! Es gibt keinen Kopf! Säundert das Gebiet! Jetzt sind wir! Detonator fliegt! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Hinterher! Macht sie fertig! Vorrückung! Der Tonator fliegt! Junge, Junge! Junge, Junge! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Hinterher! Haltet sie auf! In Verteidigung! Ach, komm schon! Oh! 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 Schnapp sie euch! Der Tonator fliegt! Jetzt haben wir sie! Schnapp sie euch! Keiner darf einkommen! Oh! Nein! Epic Fail! Epic Fail! Oh! Ich krieg die Motten! Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen! Hey! Du hast nicht gesagt, dass du dich an der imperialen Anlage zu schaffen machst! Genauer gesagt stecke ich hier fest! Sie haben mich umzingelt! Und äh, ich soll jetzt irgendwie da rein! Aber stimmt! Du bist nicht dabei! Ich brauche dringend das Sequenziergerät! Ich tu mein Bestes! Weg, 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 weg! Alter! Ja! Das nimmt Form an! Ich glaube, so sollte man das nicht spielen! Habe ich das richtig gesagt? Ja, ne? Ach so! Ja! Vielleicht sollten wir mal kurz ausruhen, ne? Vielleicht sollte ich das Ganze einfach mal so machen! Oh! 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 Und alle Mechaniker! Sofort beim Geiterhangar melden! Der Eingringling hat uns ausgesperrt! Öffnet Sie diese Tür! Sofort! Es ist ein Witz, ne? kommt zu mama kommt zu mama alles noch mal machen zum vierten mal jetzt aber das kriegen wir hin auch die flüchtige schießen durch diese flüchtige verstanden bestätigt alles klar wenn wir sie sehen schießen wir was ist denn jetzt schon Was ist das? Ist niemand in der Nähe? Alles gut. Nichts. Leg los, nix. Na los, erschießt es. Das war das. Nichts. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dann hier. Nochmal alles. So. Die noch nicht. So, dann können wir die. 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 So, das heißt, der ist schon mal richtig. Wo war denn der? Der war da, der war da. Und der war da, der war da. Dann ist das der hier, der hier und der da. So. Sauer. Hier wieder runter. Dann hier. Oh. Das ist ja. Diese Kriminelle hat momentan... Hm. Was? Du da, halt! Die sehen uns, nix. Haltet sie auf! Für das Imperium! Da, da! Oh, krass. Oh. Dann hier. Ab nach oben wieder. Alles aus, Mann. Die Sache ist die, ne? Eigentlich. Eigentlich wäre es sinnvoller, die alle, äh, nacheinander wegzumäucheln. So. Okay. So. So. Ja, natürlich, der letzte. Ah. Schützführende aktivieren. Kamara deaktivieren. Dann übertragen. So. Wir haben Meldungen erhalten, dass die Flüchtende bei der Aussicht gesehen wurde. Greifen Sie bei Sichtkontakt an. Ja, ja. Könnt ihr gerne. Wird er nicht helfen. Kommt hin, aber er war ja hier. Ich bin voll. Muss reichen. Nehmen wir mal ein Volllösgewehr mit. So. Das wird helfen. So. Was war das? Wir müssen nach. Das ist Sperrgebiet. Verschwinde. Das ist die Fall. Das scheint es ein Problem zu geben. Es ist doch immer das Gleiche. Äh. Es ist immer das Gleiche. Ich habe hier auch keine Waffe in der Hand. Nein, 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 nein. Was ist denn da? Ah ja, was hat er denn da für eine Kniffte? Geh runter. Ja. Ah. Vielleicht hilft das! Siehst du was? Geh durch zu oben den Bereich. Die Flüchtlinge wurde bei der Aussicht gesehen. Rücken Sie zum Bereich vor und eliminieren Sie sie. Ich bekomme immer die Flüchtlinge raus. Jawohl, bei Sichtkontakt schießen. Ist hier jemand? Verstanden. Wir scheißen Sie aus. Hol sie dir, Kumpel. Verstanden. Halte Augen und Ohren offen. Na gut, nix. Hol sie dir. Das muss die Flüchtlinge sein. Oh. 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 Äh. Oh. Oh Gott. Oh. Oh. Das war knapp. Wo ist sie hin? Durchkämmt das Gebiet. Wo ist sie? 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 Achtung. Die Flüchtlinge wurde in der Nähe der Aussicht gesehen. Handeln Sie schnell und nehmen Sie sie fest. Und dann an. Was ist sie對. Komm. Komm. Was siehst du? Was ist da los? So, ich würde sagen, wir können uns hier vorwärts bewegen. Alle klar. Komm. Komm. was ich jetzt mal vor habe ich bin jetzt mal ganz kriminell immer komplett von anderen seite hier oben lang und hol mir die da sind schon drei siehst du was die lasse nicht locker die sind festgelagelt na gut dann los gar nicht gar nicht Das war's für heute. Das ist aber geil. Die Knifte. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.